Ein kleines Mäuschen läuft über einen Bauernhof, Katze hinterher und das Mäuschen flieht vor der Katze in den Kuhstall, versteckt sich unter der Kuh zwischen den Hinterbeinen, Katze hinterher. Die Kuh denkt sich jetzt, rette ich das Mäuschen und legt über das Mäuschen, über das kleine Mäuschen, ein großes Häufchen. Und die Katze, die läuft immer so um das Häufchen drumherum und ahnt schon was. Als plötzlich sieht sie aus dem Häufchen heraus lugen ein kleines Mauseschwänzchen. Und dann schnappt sich die Katze an dem Schwänzchen die Maus und das war's dann auch mit der Maus. Und was lernen wir daraus? Erstens, nicht jeder, der dich anscheißt, ist dein Feind. Zweitens, nicht jeder, der dich aus der Scheiße zieht, ist dein Freund. Und drittens, wenn du so tief in der Scheiße steckst, zieh einen Schwanz ein.